Was? Ich bin ich. Ich bin nicht. Hallo. Ne, 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 ne. Naja, dann lass uns rüber. Wir sind Jusek-Camp. Naja, vielleicht hat er sich auch gedacht, weißt du, er schafft es eh nicht mehr. Ja, dann lebe ich noch einen Olli um. Verderbe ihm noch die gute Laune. Ach so, ich gebe dir mal hier das Zeug. Ach so, ja. Dass du das gleich in deinen Secure-Container tust. Ja. Ach nee, Cracker, Alter, Cracker. Nicht Haferflocken. Ach so. Ah, okay. Ja, aber danke trotzdem. Recht finden wir hier welche. Mhm. Oh, Bildschirm. Danke, danke, Merowinger. Ja, vielen Dank. Der alte Matze kriegt es wieder nicht gebacken, Junge. Vergisst wieder den Stream groß zu machen. Oh, hier ist ein unterer Wester. Mero. Ja, das passt. Genau. Äh, wo wir gerade dabei sind. Ich habe letztens Matrix... Drüben, 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 drüben. Äh... Auf der anderen Seite. Der ist Kim. Am Zelt. Am Zelt. Okay. Ich weiß nicht, ob sie zu zweit sind. Okay, warte mal, nicht rein. Ja, der hat mich schon gesehen. Ach so. Ja. Deswegen, wenn ich hier ein bisschen rumhüpfe... Das weh ist schon auf der anderen Seite, ne? Ja. Bist du oben auf dem Felsen, ne? Ich hänge vorm Felsen. Ja. Man hört nichts. Ne. Ja. Wie gesagt... Scheiss. Regen, ey. Ich versuche mal auf dem Felsen zu kommen. Oh, pass auf, lass dich nicht abknallen. Ich habe letztens hier... Boah. Den neuen Film von Matrix geguckt. Achtung, sie kommen. Wo? Die sind hinten. Die sind hinten da, wo wir gerade waren. Warte, Benji. Ganz kurz ruhig. Na, Mennas. Ah, Klaus. Geil. Ganz kurz ruhig. Die sind da, wo wir gerade gelootet haben. Dahin, wo die Sandsäcke liegen, Beule. Ich bin hier in der Scheiß... Ich komme ja nicht raus. Ich bin hier in der Felsspal... Ja, jetzt haben sie mich gehört. Okay. Okay. Pass auf, dort sind Minen, Alter. Das dort, oder was, sind die? Ja, dort, wo du hinguckst. Aber ich habe nur einen gesehen. Vielleicht war es ja auch bloß einer. Ich war es auch bloß einer. Ich war mir nicht sicher. Aber wo ist er jetzt? Weggelaufen? Cool. Glaube ich nicht. Hätte man doch gehört, oder? Ah, ich sehe ihn. Wo ist er? Ne. Ist er... Hä? Ne. Das war nur ein Scheiß-Schatten im Felsen, ey. Es sah aus, als ob der doch gerade looted. Aber hast du den gerade hier gehört, oder was? Oh, ich sehe ihn. Wo ist er? Ist er... Hä? Es war nur ein Scheiß-Schatten im Felsen, ey. Es sah aus, als ob der doch gerade looted. Aber hast du den gerade hier gehört, oder was? Ja. Da lief ja, wo ich jetzt bin. Vielleicht hat er sich auch aus dem Staub gemacht. Na gut. Du rennst? Ja. Bist du hier drin im Zelt? Ja. Okay. Brauchst du noch die Zweier-Bandagen? Nö, kannst du nehmen. Kannst du nehmen, kannst du nehmen. Du brauchst ja auch mal. Achsel. Willst du Achsel mitnehmen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich nehme einfach mal mit. Ja, sonst würde ich ihn mitnehmen. Axel ist cool. Ähm. Dein Sohn will erst die ersten Teile sehen, ja. Ja. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Aber ich will jetzt nicht, wenn du es noch nicht gesehen hast, will ich nicht spoilern. Da drinnen frisst sich die Seele aus dem Leib. Aber hä, dass ich den Typen nicht mitbekommen habe? Ja. Komisch. Ja, ne. Da lief mal. Oh. Okay, drüben geht's ab. Das ist beim Scaff-Bunker, oder? Scaff-Bunker? Oder war das weiter weg? Oder Containerburg, so die Ecke. So weit weg war das nicht. Ey, hier, hast du das schon mal? Die War Mage? Brauchst du das? Nö, nö, nö. Brauchst du nicht. Aber was ist denn das? Gibt's, glaube ich, auch mehrere, oder? Mehrer Kaliber. Ich glaube, die kannst du auch hier mit der M4 verschießen oder sowas. Bin mir auch nicht sicher. Ach, das ist Munition? Ja, ja. Ah, okay. So, ich geh schon mal rein, der hat ja hier gelootet. Ja, warte, ich komm mit. Oh, da hing ein Blatt, Alba. Aber ich dachte, da läuft einer den Berg runter. Oh, da hatte ich mich jetzt erschrocken. Wo bist du denn du jetzt? Ich bin hier schon die Kuh runter. Ins Tal. Die Kuhle ins Tal. Ins Tal der Ahnungslosen. Mal rüber hier zu diesem Richtung Scaff-Bunker. Okay. Beule. Warte mal, wo sind denn hier die Minen? Warte, ich komm nochmal zurück. Benji, grüß dich, herzlich willkommen. Ah, da bist du. Alles klar, ich komme. So, wir gucken jetzt zum Ausgang. Im Beutel, wir haben wieder Geld vergessen. Ne, ne, ich hab mit. Ach so, aber ich vergesse es immer. Alter, was ist denn da los? Das funktioniert doch auch gar nicht, oder? Doch, es funktioniert wieder. Ja. Ja. Aber das ist schön. Oh, jo. Da drüben ist immer noch Action, ne? Ja. Aber, hä? Was ist denn das jetzt hier? Na, egal. Heute, hier ist einer. Unten. Minus. Aber oben ist noch ein Scaff. Ja. Was gut ist. Ich cover dich. Okay, danke, Beule. Ey, brauchst du noch eine MB-133? Ja. Warte mal. Pass mal auf, dass das Scaff keine Dummheiten macht. Ja, ich seh'n halt nicht, ich... Ah, der läuft da oben am Hunger rum. Ja. Du musst schnell ja den Typen... Oh, geil, geil. Die 133 würde ich mitnehmen. Da kannst du dich laben. Mensch! Mensch, ich rastet aus. Was hat der? Weißt du's? Der hat doch grad übrigens gebrillt. Mensch! Ja, der hat genießt, oder? Hab ich auch gedacht. Ne, ne. Der hat Mensch gesagt. Ach so? Bestimmt Franzi grad wieder. Oder ein Hund. Zurück. WP. Danke. Mit wem hast du nur geschimpft? Hab ich das Mikro nicht ausgemacht. Ne. Ne, mit meinem Vorhang, weil da nicht zu ging. Ach so. Wo sind zwei Scaffs jetzt? Drei Bench. Die Brille kannst du auch mitnehmen. So, laber dich. Ach so. Ich hab gar nicht geguckt. Vielleicht hast du ihn erschossen. Ich blute hier. Ja, ich hab den mit Sicherheit erschossen. Zumindest hab ich ein ganzes Magazin auf den drauf geballert. Ne, ich hab ihn gekillt. Okay. Mit Sicherheit. Das war ich bestimmt. Ja, mit Sicherheit. Das war ich doch, Alter. Beuter hat schon öfters mal komplett das 60er Max auf irgendwas abgeschossen. Und nichts umgebracht. Aber es ist geil. Mit Sicherheit noch gut, dass ich ihn auch jetzt erschossen hab. Ich hab nämlich jetzt. Hätte ja auch sein können. Klar. Warum nicht? So, warte. Ich klipp bloß grad mal nach. Mist. Ich hab keinen Platz. Äh, hier ist noch ein zweiter grüner Eistee. Hast du den? Brauchtest du den nicht? Den Eistee? Ach so. Wo hat er den gehabt? In den Hosentaschen. Da ist auch noch ein halbes Ifak drin und eine Cola. Die sauf mich jetzt. Okay. Ja, mach. Hier ist ein Benzinkanister. Den kannst du dann mitnehmen, Beuter. Ich weiß nicht wohin. Ich bin voll. Und eine Flasche Wodka. Mann. Ja, dann nimm du den grünen Eistee noch. Dann schnapp ich mir hier das Ifak. Die PP-Munition. Komm weg. Oh. Brauchst du das? Ja. Okay. Ich dachte, hier kommt noch ein Spieler. Ich hab die Skefs über einen Haufen geschossen. Sollst du den Eistee mitbringen einfach? Ja. Bitte, Monsieur. Oh. Ach, wie 20. Geil. Ich komme gerannt. Okay. Ich bin hier oben hinter den Sandsäcken. Pienas. Wird ich? Stopfen in den Skeff rein. Aber wenn wir jetzt noch eine coole Weste finden. Ey, der PS-Munition, die ist doch gut, oder? PS? Ja? Nö, die ist nicht gut. Nee, aber es ist eigentlich... Standard. Ja, aber es ist gut, wenn du sie jetzt hast, oder so. Ach so, ja. Ich hau das hier bei ihm in die Weste rein. Da ist der Eistee. Das ist gut, Harry. Okay. Danke, Benji, für dein Abo im neunten Monat. Freue ich mich. Beutel, kannst du auch die SKS mitnehmen? Ach nee, ich bin brandlos voll. Okay. Wenn ich irgendwie noch eine geile Weste finden würde, wo ich das Zeug rein tun kann, was hier noch so rumhirscht. Oh, die Weste würde ich gern mitnehmen, Alter. Ach komm, mir hat dieses Teil weg. Ich fress jetzt die Cornflakes, ey. Warum mach das? Metabolismus. Hm. Nicht zu verachten. Oh! Wo bist du? Oh! Die... Oh! Wo bist du? Schild! Das sind zwei, ne? Okay, einer ist tot. Da kommt noch einer. Ja. Es sind noch zwei, da drüben. Oh, ich seh ihn. Er schießt auf mich. Der Hund. Ich bin schon wieder viel zu voll, Alter. Ich muss hier auch grad nachstecken. Oh, und da seh ich schon wieder hier 15.000 Rubel rumstehen. So, die kann ich mitnehmen. Ey, erholst du dich mal, du Idiot? Was ist denn? Ich hab doch meinen Rucksack schon weggeworfen. Und die Frage ist, ob ich den jetzt hier umgebracht hab? Ja, ja, ich glaub schon. Sorry, Matze. Nö, kein Problem. Alter, was... Ey, der hat ne... Er hat ne schwarze Mosin mit Zielfernrohr. Das hab ich ja noch nie gesehen. Echt? Quats. Mit so nem... Gemottet mit so nem... Gibt's da für die... Gab's auch nicht? Das war für die... M7 Mutos, glaub's. Hier rennt was? Matze, bist du das? Ich bin grad gerannt, ja. Okay. Der war doch... Der Skeff brüllt ja immer noch rum. Ja. Ich hab die Orientierung verloren. Ah ja, hier. Als ich da drüben war, hab ich ihn hier laufen sehen. Oh, da drüben. Da ist er auch. Das sind aber zwei irgendwo noch. Oh, ey. Verwechseln. Okay, jetzt ist er runtergerannt. Verwechseln. Okay, jetzt ist er runtergerannt. Oh, ey. Verwechseln. Willst du mich verarschen? Warte, ich muss ja gleich einen zweiten Skeff erschießen. Warte, ich komme. Wo ist er? Warte, der ist hier drinnen. Bist du schon an der Containerburg? Ja. Am blauen Zaun. Ja, der dreht sich direkt hinter mir. Also wenn du hier reingehst, rechts muss er sein. Oder direkt gerade. Okay. Ich muss meinen Rucksack holen. Was? Oh, wo war ich denn jetzt hingeworfen? Ach ja. 46 Kilo. Beutel ist wie so ein Spürhund. Er spürt die Cracker auf. Lass mir das Spür weg. Benji ist aber bösartig. Nee. Du rennst bald? Ja, in der großen Kiste unter der Treppe. Okay. Da sind die Cracker drin. Hat er jetzt noch einer von denen ne Tods? Nee, ne? Ich habe mir nicht alle angeguckt. Naja, wir finden schon welche. Draußen liegt noch einer auf dem Felsen. Was ist ein AP-Money? Ist die gut? Ja. 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 Boah ey. Egal was für den Kaliber, die ist eigentlich immer gut. Da ist mein Spiel abgestürzt. Wieso? Na, weil der hier ein Item, was der nicht weiter lädt. Achso, das macht er bei mir auch manchmal. Das liegt nicht an einem Spiel. Boah, jetzt auch noch BP. Ich glaube, Alkali brauchen wir doch nicht, oder? Alkali, Alkali, Alkali. Später brauchst du das, aber ganz später. Das findest du ja ständig. Okay. Dann brauchst du mal für Peacekeeper, glaube ich, oder? Dann müsst ihr ja Peacekeeper erst mal an. Dann nehm ich lieber BP-Money mit. Auf jeden Fall. Boah, ey, es hört nicht auf. Okay, Bandage im Heck. Nee, das ist auf dem Bug irgendwie. Das kriegt sich nicht wieder ein. So, Beutel. Warte, Matze. Ich tu dir hier in die Granatenkiste 5000 Dings rein. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich das schon wieder hin tun soll. Da in der Granatenkiste. Okay. Von irgendwas... Ein Hutmodern hast du hier nicht gefunden, ne? Brauchst du welche? Eine brauche ich noch, dann hab ich die Workbench. Cool, dann packe ich sie dir hier in die Granatenkiste. Das ist doch ein gutes Geschäft, Beutel. Ah, hab ich. Okay, gut. Du weißt, man weiß, ich bin manchmal verwirrt. Müssen wir bloß noch raus. Komm. Oh, hier ist Blut am Baum, Alter. Okay. Oh, da ist einer im Gebüsch. Bist du das? Was, bin ich? Ich blöde jetzt raus, Alter. Okay, okay, okay. Ne, 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 ne. Hier sind zwei. Wo denn? Bist du? Ich bin draußen. Hint ich schon rum. Unten an der Leiche ist einer. Unten an der Leiche im Baum ist einer. Zwei! Achtung, der ist drüben am blauen Zaun! Oh, hier ist wirklich das Ganze. Oh, hier ist wirklich das Ganze. Oh, hier ist wirklich das Ganze. Oh, hier ist nochmal ein. Scheiße! Oh, da ist ja nicht die Fans. Oh, man, Alter! Bis zum nächsten Mal.